sind wir alle hier die mitmachen so und jetzt das ach so weit weg sind die oder ich nehme den schild das schild ganz unten links auf der linie wir machen jetzt die ja was machen wo ich nehme das nördlich warum wo ist denn das ding was man angreifen muss hier sind ganz viele maps bei meinem hier hinten jetzt weiß gar nicht wer jetzt wohin ich folge jetzt irgendwie schon wo bist du denn was macht denn die fünf hitze schild ich hätte jetzt mal meine schasuka ist jetzt aber glaube ich weg bist du denn auch down gar nicht aufstehen habt ihr die kristallknoten so weit runter gekriegt schon so viel ballert nur da die ganzen mobs da richtig ausrasten ist das ganz schön kacke ich glaube jetzt im kreis das geht eigentlich ich werde nicht wirklich angegriffen andererseits hängen auch nexo und jojo dran aber ich mache nicht so viel schaden haben wir so eine neue dämliche knarre holen oder was ist das freudig regenerieren die auch kann das sein dass er immer kann das zu sein zu not kann man das nicht so machen wenn die nicht regenerieren dass wir die alle einzeln runter schießen noch gar prozent und dann die regenerieren aber die regenerieren ich glaube es sind jetzt die waffen bei der weg marke sind denn noch gewehr drin also kann man da mehr als fünf rausnehmen wir sind unendlich dann ist das vielleicht gar nicht so bei der weg marke gegen die dinger was ist mit dem nördlichen den westlichen kristallknoten ich habe dort niemanden zur verteidigung ja das hat man vorher mal abstimmen müssen ja dann machen wir das jetzt dann wer geht nach norden ich liege hier gerade auf dem boden also ich habe den süd östlichen habe ich gleich deswegen höre ich jetzt mal auf hier und gehe mal keine ahnung woanders hin oder westliche müsste noch gemacht werden da geht es ja dann gehe ich mit dir ja ich gehe mal zu und ich gehe mal nach westen der der den wer macht denn hier in östlichen östlich und südöstlich kann es zusammen machen ganz ja ab und zu mal auf meinen schießen wird mir gerade mit beten folgt bei mir mit rauf aber hier bei dem scheiß westlichen das sind ohne ende mobs ach du scheiße ist hier die sind aber auch ekelhaft hier ich glaube wir sind einfach ein bisschen wenig kann das sein das geht schon scheiß shazuka verloren kacke ach die weg mag ist um kämpft aber die nördliche ist fast tot ne ja der match stoppt da drauf ja westen ist ja auch ich gehe wieder zu meiner rüber dann irgendwie so bleibt liegen auch dort kann ich die shazuka ablegen oder nee dann ist die weg ne ja da musst du sie neu holen also die westliche kann ich dann die ist umkämpft ja die ist ziemlich weit weg ist ja auch fies gemacht ich merke schon also retzten ist aber schlecht oder also vor allen dingen bei den leuten die an den türen stehen das dauert ewigkeiten oder wo es geht wo auch ja ich bin ich bei den shazukas um muss mich mal einer retten und aber auch verdammt viele dann immer mehr ne was ich jetzt sollte denke ich jeder zu einer gehen oder und da da oben hin also vielleicht bei der west bei der westlichen boah überlege aus sind macht mich weg zu poren das dauert ja sonst ewig aber also ich denke schon bevor wir jetzt in minuten warten bis wir die leute wiederbelebt haben ja ich lauf schon das ist glaube ich besser naja zappt da mir wirklich wer spielt denn da eigentlich aus dem u-boot danke ich wusste gar nicht dass es unter wasser lte oder was gibt es den hat irgendeiner markiert ja das ist eine südwestliche ok südwestliche ich glaube es hat nicht jemand markiert ja bin im norden ausgeschaltet lebe wieder geil wie lange hat man zeit um die dann alle zusammenfällig zu machen 30 sekunden und man muss sie mit ner shazuka hauen oder? ja also machen am besten einfach weiter mit dieser einzelperson geschichte dann nicht dass dann einer zu schnell liegt ich steh auf und lauf warum hat die äh südöstliche noch so viel leben? da hat einer grad da bin ich eben draufgegangen deswegen ist da wahrscheinlich keiner mehr ja auf der timer läuft wenn du ne shazuka in der hand hast und andere flächeneffekte mit drauf haust dann machen die auch schaden warum ist der im norden tot? warum ist der im norden tot? vielleicht hat jemand ich habe ein brun daneben gesetzt während ich ne bazooka in der hand hatte und damit habe ich auch an dem ding schaden gemacht wie mit deinem brun? achso ok nekrobrun so der passt ich gehe mal nach Norden ne bleib ruhig dort sag mal arnek, kriegst du den schaden wenn du hier oben stehen würdest? ja ok auf dem kristall direkt ich kann wunderbar hoch springen auf dem kristall? ok ich versuch's mal hier kommst du hoch guck mal ja ich krieg schaden aber es geht aaaaaaah ok jetzt krieg ich angst pfff so ich gehe mal westen ja der westen bin ich westen bin ich ja aber am Norden sind hier zufrieden ja dann geh ich wieder östlich oder was er könnte ja auch mal einen gebrauchen wenn er der westliche der westliche aber achtet drauf dass beim kaputt machen nicht mehr als einer anderen drauf haut beziehungsweise einer vielleicht noch in Reserve steht das löde ist ich überlebe das hier unten nicht bei west und süd oder bei östlich und südost das ist so ne kacke hier das ist ungefähr 700 mobs ich habe eine ich habe ich habe ich habe auch eine ich bin westlich ich bin westlich ich schieße jetzt nochmal auf südöstlich drauf ja 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 so ein bisschen down ja du bist down ja jo hm hm Du bist aber schon gerätzt, oder? Jetzt bin ich, ja. Ich hole mir grad ne neue Knarre. Theoretisch müssten wir das jetzt mal versuchen, die wegzuflanken, glaube ich. Ja, dann müsste man... Warum holt sich nicht einfach jeder ne Chazooka? Weil dann keiner die Mobs weg macht. Ah, ok. Du machst mit der Chazooka aber auch Damage an den Mobs. Echt? Wir haben alle versuchen drauf zu zerken. Das hab ich gar nicht erst versucht hier. Ok. Ja gut, aber das wird nachher nichts. Also ich bin westlich immer noch. Ich bin südwestlich. Ich bin südwestlich. Wenn wir schnell machen... Ähm. Es geht hart. 30 Sekunden sind viel Zeit. Ja komm, jetzt lass es einfach durchschauen. Haut sein. Der westliche zuerst. Der westliche zuerst. Ok. Ja, westliche zuerst und dann die anderen hinterher. Oh, ich lieg auch jetzt. Shit. Nicht, kein Schaden mehr östlicher. Ja. Der ist gerade mal runtergegangen. Der ist gerade mal runtergegangen. Ja, ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ja, ja. Ich geh down. Das war knapp. Danke. Ich versuche mir mal zum westlichen zu zergen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das irgendwie. Ich bin jetzt am südwestlichen. Mit ner Chazooka. Muss man dann mit der 1 schießen nachher? Westlichen gehen wir zergen oder was? Südwestlicher was mit am südwestlichen. Ich bin nicht auch noch tot. Verflucht, der Naht. Welchen hättest du? Westlich. Habe ich den letzten Schuss nicht mehr hingekriegt. Ok. Wer ist am südwestlichen? Äh, ich. Ok. Kann ich weiter Damage jetzt? Damage fahren? Ja. Ist dann einer am westlichen. Da war ich. Da ist jetzt einer. Moment. Wo ist... Ist... Ist alle abgelegt? Südwestlich ist belegt. Wir fangen jetzt einfach an einem an, den wir knicken hier. Wir hauen jetzt ein... Ja. Mach doch einfach den östlichen, kann ich jetzt plätten hier. Ok. Machen wir alle kaputt. So. Zack. Und dann gehen wir direkt südöstlich weiter. Ja. Da und nächste. Äh, das bin ich. Mit 1. Ja. 1, ja. Yeah. Das war's doch schon, oder? Oh, ja. Das ist... Ah, nee. War so'n Gequatsche hier. Wider. Out! Die, 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 die... Die, 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 die... Was?